Moin! Willkommen in Schleswig-Holstein, an der AKN-Strecke zwischen Quickborn und Ellerau. Dies ist die Strecke der Linie A1 von Hamburg-Eidelstedt nach Ulsburg-Süd. Bisher war sie in diesem Abschnitt eingleisig. Diese Strecke soll bald Bestandteil der Hamburger S-Bahn-Linie S5 werden. Darum wird sie zurzeit im Jahr 2024 zweigleisig ausgebaut. Die Gräufe von Hamburg-Eidelstedt nach Ulsburg-Eidelstedt nach Ulsburg-Eidelstedt nach Ulsburg-Eidelstedt nach Ulsburg. Die Straße Feldbeensweg wurde zusätzlich mit Platten befestigt, damit auch schwere Fahrzeuge zur Baustelle fahren können. Leider hatte es an diesem Nachmittag sehr stark geregnet. Obwohl ich meine Hand über die Kamera gehalten habe, sind durch den Wind immer mehr Regentropfen auf das Objektiv gelangt. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Das war's. Nun seht ihr den Streckenabschnitt einmal bei einer Mitfahrt. Die Triebwagen der Baureihe VTA können kräftig beschleunigen. Hier erreichen wir den Bahnübergang am Feldbeensweg. Damit sag ich Tschüss – und bis zum nächsten Mal! Die Triebwagen der Baureihe VTA können kräftig beschleunigen. 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 Die Triebwagen der Baureihe VTA können kräftig beschleunigen.